ah ja seht wer da ist madonna schon beim ersten treffen hielt ich euch für etwas besonderes aber ein assassine geht mit mir ihr werdet vorliegen die kanonen in unserer zitadelle alleine stehen hundert jahre hier das artefakt wird hier sehr sicher sein vergebt mir aber ich hörte noch nie von einer frau die ihre eigene stadt beherrscht das ist sehr beeindruckend nun einst gehörte sie natürlich meinem mann er starb das tut mir leid ach wo ich ließ ihn töten wir fanden heraus dass die rolle muriario für die templar arbeitete er fertigte eine karte der standorte der verbleibenden kodex seiten an ich habe den verdammten hurensohn eh nie gemocht er war ein schlechter vater langweilig im bett und überhaupt unausstehlich oh nein was geht hier vor sie kam als sie gerade die mauern hinter euch ließe senora die stadt wird angegriffen was von wem die brüder orsi senora ach verdammt noch mal wer sind die orsi die kanaligen die ich für meinen ehemann anheuerte das muss der spanier sein die aus sie haben einen horizont der nicht über ihre börse hinausreicht aber woher konnte er wissen wohin wir den apfel bringen bevor wir es wussten sie sind nicht wegen des apfels hier ätzio sie wollen riarios karte hört mir auf mit der karte nicolo meine kinder sind da denn oh porco demonio da da auf ihn letzter warte da da Das ist nur mit der Barre los. Was ist das Problem für Sie? Komm! Geh weg von mir. Murder! Murder! Ey, Krasso! Ich habe in einer Viertelstunde einen Termin. Kann jemand eure letzten Worte überminen? Murder! Hier läuft ein Murder frei rum! Flieht! Sie sind schon drinnen! Niederträchtige Bastarde! Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta, vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene, ich bin sofort zurück. Hey, ihr! Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde! Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim! Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch... Was? Ich werde einen Schlag nach dir lassen. Denn, nein, was ich nicht sicher schon? Ich kann euch nicht sagen- Ach! 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 er ist hier noch ein toter protz so viele letzter zeit gibt es zeugen was ist hier passiert wer war das ich will antworten gut wer hat was gesehen nun gut was geht hier vor sich wer war das ich will wissen was passiert ist so vor was noch einer der gute name firenzes steht auf dem spiel hat jemand gesehen was geschah merder noch ein toter mächter hat jemand den mörder gesehen ja 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 An alle Mitglieder der Wohadaan, der sich in der Brunnen vollem Gehirn und den Entgesicht Das Gericht ist es ehemalig direkt durch und das Ehrenamt ist so unser abgesagt worden Reisende, von ihnen wurde unter der Kreuzung von Bologna gesichert Als unser Wurde, dass die Allerangrufe der Teilen unter Kastroya handelt, das war Kein Mann kommt frei, es Geleit zu erhalten oder passiert nur während der Essenszeiten Oder was? Na dann kommt ihr runter und verlustet Eine warme Hinner und ich dreht euch so in die Eier, dass die euch aus der Nase kommen! Ihr Miesenreudigen Hunde! Geht nach Hause! Oder ich lasse euch auf den Mauern der Zitadelle pfählen! Ah, oder ist das der Grund, warum... Allmächtiger Gott, wo hat man euch denn gefunden? Bei den Nonnen, in der Klosterschule, die Führer in meinem ganzen Leben. Ihr werdet mich für verrückt halten. Doch. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten... Sagt euch etwas, Freund? Komische Kleidung, der Dross... Entschuldigung, ihr habt es geschafft! Mir nach! Ergab den Bastard! Der Drossel-Achina! Ergab den Blum! Das ist wirklich aus! Echt? Ergab den Stb-1! Ergab den Stb-2! Ergab den Stb-1! Das war du! Sieg-3! jetzt Gidee! Lassu! Super! Hau drauf! Mach ihn fertig! Ja! 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 Pack ihn! Banschi! Nicht entkommen! Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht! Halt ihn auf! Sofort! Banschi! Wir kriegen die Sandze! Was ist das? Ich bin bei dir, Bruder! Wenn du das hier überlebst, wird er heute noch ein Tag in der Lüben sein. Vergang! Ja? Was tut ihr denn hier? Den hole ich mir! Da ist er! Laju! Ich bin der Lüben. Fass ihn! Ich könnte dein Vater sein. Ich bin hier bei uns, Brüder. Ich gebe Pflicht. Komm, Brüder. Ich bin hier bei uns, 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 Brüder. Mein Liebesherrn. Öffnet das Tor. Öffnet das Tor! Presto! Hat einer den Mörder gespielt? Ein Hinterhalt! Hier wäre ein gutes Besteck. Brüder. Das spart uns eine Menge Zeit. Kein Unfall. Hat jemand das Schwein von Täter gesehen? Ich mach dir keinen. Ja, mach ich dir mal. Nur feindliche Verständnis nicht unterkappen. Er ist hier! Er ist hier! Komm schon! Wir können uns ewig aufhalten! Ich sehe ihn nicht mehr! Jetzt! Bewegt eure Hintern hier rein! Ich reiß dir die Augen raus, dann musst du endlich anhalten! Komm schon! Wir können sie nicht selber aufhalten! Bewegt eure Hintern hier rein! Braucht ihr medizinische Hilfe? Jetzt! Bewegt eure Hintern hier rein! Bambini! Aber wo sind Fianka und Ottaviano? Vergib mir, Signora! Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Mir nach! Aufi! 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 Dasselbahn滾ieren! Aufi! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.